In Hoyerswerda ist eine Änderung beim Parken in Kraft getreten. Das Abstellen von Fahrzeugen im Mittelweg ist ab sofort nur noch in Richtung stadtauswärts erlaubt. Vorab dürfen Fahrzeuge dort stadteinwärts abgestellt werden. Da dies unter anderem zu Behinderungen im Stadtbusverkehr bei der Einfahrt in die Haltestelle Mittelweg führt, wird die Parksituation geändert, informiert das Bürgeramt.